die toten seelen der zweite teil der toten seelen ist nur als fragment erhalten darum wurde an positionen wo text fehlt folgender ton eingefügt beim abendessen überaßen sie sich wieder als pawel iwanowitsch in das ihm zum schlafen angewiesene zimmer kam und vor dem zu bett gehen seinen bauch betastete sagte er sich die reinste trommel da findet kein stadthauptmann mehr platz zufällig befand sich gleich hinter der wand das zimmer des hausherrn die wand war so dünn daß man alles hören konnte was dort gesprochen wurde der hausherr bestellte dem koch unter dem namen eines frühstücks ein richtiges mittagessen und wie er es bestellte bei einem toten müßte der appetit erwachen die pastete backst du mir mit vier ecken sagte er mit den lippen schmatzend und die luft einatmend in die eine ecke tust du mir die backen eines störs und hausensehnen in die andere buchweizengrütze mit schwemmen zwiebeln süßer fischmilch hirn und ähnlichen sachen du wirst schon selbst wissen auf der einen seite muß sie verstehst du schön braun werden auf der anderen seite darf sie aber heller sein unten soll sie aber so durchgebacken sein so ganz durchgeschmort daß sie weißt du nicht etwa auseinander fällt sondern im munde wie schnee zergeht ohne daß man es merkt bei diesen worten schmatzte pietuch mit den lippen hol ihn der teufel er läßt mich nicht einschlafen dachte sich tschitschikow und zog sich die decke über den kopf um nichts zu hören aber er hörte es auch durch die decke als beilage zum stör nimmst du sternchen aus roten rüben stinte pfefferschwämme dann noch junge rüben möhren bohnen und noch irgend so was überhaupt recht viel garnierung und in den schweinsmagen tust du ein stück eis damit er ordentlich aufquillt gar viele gerichte bestellte noch pietuch man hörte nichts als brat es ordentlich durch backe es braun lass es schön durchschmoren tschitschikow schlief erst bei irgendeinem truthahn ein am nächsten tage aßen sich die gäste wieder so voll daß platonow gar nicht reiten konnte sein hengst wurde mit einem stallknecht pietuchs heim geschickt die beiden setzten sich in die ekipage der dickschnauzige hund folgte langsam dem wagen auch er hatte sich überfressen das war schon zuviel sagte tschitschikow als sie aus dem hofe herausgefahren waren und er langweilt sich gar nicht das ärgert mich am meisten hätte ich wie du ein jahreseinkommen von siebzigtausend dachte sich tschitschikow so ließe ich die langeweile nicht über die schwelle so ein brandweinpächter murasev hat ganze zehn millionen leicht gesagt so eine summe macht das ihnen was wenn wir unterwegs einen besuch abstatten ich möchte gern von schwester und schwager abschied nehmen mit dem größten vergnügen sagte tschitschikow er ist unser bester landwirt er hat werter herr ein einkommen von zweihunderttausend rubeln von einem gut das vor acht jahren auch keine zwanzigtausend einbrachte das muss doch ein sehr achtbarer mann sein es wird mich sehr interessieren so einen menschen kennenzulernen natürlich das ist ja sozusagen wie heißt er denn und mit seinem vor und vaternamen wenn ich fragen darf konstantin fjodorowitsch konstantin fjodorowitsch kostanschekow seine bekanntschaft wird mich sehr interessieren es ist sicher sehr belehrend so einen menschen kennen zu lernen platonow übernahm es selifan zu beaufsichtigen und zu leiten dies war auch sehr nötig da jener sich kaum auf dem bocke halten konnte petruschka flog zweimal vom wagen so daß man ihn schließlich mit einem strick an den bock festbinden mußte dieses vieh wiederholte tschitschikow immer wieder schauen sie da beginnen seine besitzungen sagte platonow das sieht gleich ganz anders aus und in der tat die ganze fläche war von einem angepflanzten wald mit pfeilgeraden bäumchen bedeckt hinter ihnen erhob sich ein zweiter junger wald mit etwas höheren bäumen dahinter ein alter wald und einer immer höher als der andere und dann kam wieder eine dicht bewaldete strecke in der gleichen anordnung erst ein junger und hinter diesem ein alter wald so fuhren sie dreimal durch die schonungen wie durch tore in einer mauer das ist bei ihm alles in acht höchstens zehn jahren gewachsen bei einem anderen wäre es auch in zwanzig jahren nicht so weit wie hat er es nur gemacht fragen sie ihn der versteht sich so auf die bodenverhältnisse daß bei ihm nichts verloren geht er kennt nicht nur den boden er weiß auch was für eine nachbarschaft jede pflanze braucht und was für bäume neben jeder getreideart wachsen müssen jedes ding erfüllt bei ihm zugleich drei und vier bestimmungen der wald dient ihm nicht nur als wald sondern auch dazu um an einer bestimmten stelle eine bestimmte menge feuchtigkeit den feldern abzugeben eine bestimmte menge gefallenes laub zum dunge zu liefern und so und so viel schatten zu spenden wenn bei allen anderen trockenheit herrscht gibt es bei ihm keine trockenheit wenn alle von einer miss ernte heimgesucht sind gibt es bei ihm keine miss ernte schade dass ich von diesen dingen wenig verstehe und es nicht richtig erzählen kann denn es gibt bei ihm so wunderbare kunststücke man nennt ihn auch den zauberer er hat viele solche dinge und doch ist es so langweilig das muß wohl wirklich ein merkwürdiger mann sein dachte sich tschitschikow es ist nur traurig daß der junge mensch so oberflächlich ist und nicht zu erzählen versteht endlich zeigte sich das dorf es lag wie eine richtige stadt auf drei anhöhen von denen eine jede von einer kirche überragt wurde und zwischen den vielen häusern erhoben sich überall riesenhafte getreide und heuschober ja man sieht daß hier ein hervorragender gutsbesitzer wohnen muß dachte sich tschitschikow die bauernhäuser waren alle gut gebaut die straßen fest gestampft wenn irgendwo ein wagen stand so war er nagelneu und fest die bauern hatten alle kluge gesichter das hornvieh war von ausgesuchter schönheit selbst die bauernschweine sahen wie edelleute aus man sah daß hier die bauern wohnten die wie es im liede heißt das silber mit schaufeln zusammenscharen es gab hier keine englischen parkanlagen keinen rasen und sonstigen firlefanz dafür zog sich nach alter sitte eine straße von speichern und arbeitshäusern bis zum herrenhause hin so daß der herr alles was geschah überblicken konnte das hohe hausdach wurde von einem turm überragt dieser diente aber nicht als schmuck und nicht um die aussicht zu bewundern sondern um es dem hausherrn zu ermöglichen die auf den entfernteren feldern vor sich gehenden arbeiten zu überwachen vor dem hause wurden sie von flinken dienern empfangen die so ganz anders aussahen als der saufbold petruschka obwohl sie keine frecke an hatten sondern kosakenröcke aus hausgewebtem blauem tuch die hausfrau selbst lief auf die freitreppe hinaus sie war frisch wie milch und blut schön wie ein sonniger tag sie glich platonow wie ein tropfen dem anderen doch nur mit dem unterschied dass sie nicht so fade war wie er sondern gesprächig und lustig guten tag bruder wie freue ich mich daß du gekommen bist konstantin ist nicht zu hause muß aber gleich kommen wo ist er denn er hat im dorfe mit einigen aufkäufen zu tun sagte sie die gäste ins zimmer geleitend tschitschikow betrachtete neugierig diese behausung dieses ungewöhnlichen menschen der ein einkommen von zweihunderttausend rubel hatte und hoffte an dieser die eigenschaften des hausherrn selbst zu erkennen wie man nach einer leeren muschelschale auf die eigenschaften der auster oder schnecke schließt die in ihr einst gewohnt und ihren abdruck hinterlassen hat er konnte aber keinerlei schlüsse ziehen die zimmer waren einfach sogar leer es gab weder fresken noch bilder noch bronzen noch blumen noch etagere mit porzellan nicht einmal bücher mit einem worte alles wies darauf hin daß das leben des wesens das hier wohnte sich gar nicht in den vier wänden des zimmers sondern im felde abwickelte und daß es selbst seine pläne nicht vorher separitisch in einem bequemen sessel vor dem kaminfeuer sitzend erwog sondern daß sie ihm an ort und stelle in den sinn kamen und sofort ins werk umgesetzt wurden in den zimmern konnte tschitschikow nur die spuren der tätigkeit einer hausfrau erblicken auf den tischen und stühlen lagen saubere lindenbretter und auf diesen waren irgendwelche blumenblätter zum trocknen ausgebreitet was ist das für ein dreck der da herumliegt schwester fragte platonow wieso dreck rief die hausfrau das ist das beste mittel gegen fieber im vorigen jahre haben wir damit alle bauern kuriert dieses da ist für likör bestimmt dieses aber wird mit zucker eingemacht ihr lacht alle über unser eingemachtes und in salz eingelegtes wenn ihr es aber es lobt ihr es selbst platonow trat ans klavier und blätterte in den noten mein gott dieses alte zeug sagte er schämst du dich denn nicht schwester du mußt schon entschuldigen bruder ich habe keine zeit zum musizieren ich habe eine achtjährige tochter die ich unterrichten muß sie einer ausländischen gouvernante überliefern um selbst freie zeit zum musizieren zu haben sowas tue ich nicht du mußt schon entschuldigen bruder wie langweilig du doch geworden bist schwester sagte platonow ans fenster tretend da kommt er ja schon er kommt rief er plötzlich auch tschitschikow eilte ans fenster dem hause näherte sich ein etwa vierzigjähriger mann mit lebhaftem gebräuntem gesicht in einem rock aus kamelhaartuch auf seine kleidung gab er wohl nicht viel er trug eine mütze aus wollsammet rechts und links von ihm gingen zwei männer niederen standes ohne mützen in ein gespräch mit ihm vertieft der eine war ein einfacher bauer der andere wohl ein zugereister dorfwucherer ein durchtriebener kerl in blauem rock da sie alle vor dem hause stehen blieben konnte man ihre unterhaltung im zimmer hören macht es lieber so kauft euch bei eurem herrn los ich will euch auch das geld vorstrecken und ihr arbeitet es mir später ab nein konstantin fjodorowitsch warum sollen wir uns loskaufen nehmen sie uns so von ihnen kann man ja jede weisheit lernen einen so klugen menschen findet man nicht so bald wieder heutzutage kann man sich selbst gar nicht in acht nehmen es ist ein wahres unglück die branntweinschenker brauen solche schnäpse dass sich einem gleich nach dem ersten glase der magen umdreht und man hinterher einen ganzen eimer wasser aussaufen möchte ehe man sich's versieht hat man sein ganzes geld vertrunken es gibt viele versuchungen man möchte glauben dass der böse die welt regiert bei gott man führt allerlei dinge ein um die bauern verrückt zu machen tabak und ähnliches zeug was soll man da machen konstantin fjodorowitsch man ist nur ein mensch und kann sich nicht beherrschen hör einmal bei mir bleibt ihr doch immer leibeigene ihr bekommt zwar gleich je eine kuh und ein pferd und alles andere zugewiesen aber ich verlange von meinen bauern mehr als jeder andere gutsbesitzer bei mir musst du arbeiten ganz gleich ob für mich oder für dich selbst müßiggang dulde ich nicht auch ich selbst arbeite wie ein ochs ebenso meine bauern denn ich habe das schon selbst erfahren wenn man nicht arbeitet so fallen einem allerlei dummheiten ein überlegt es euch also in eurer gemeinde und besprecht es miteinander wir haben schon darüber gesprochen konstantin fjodorowitsch das sagen auch die alten was ist da viel zu reden jeder bauer ist bei ihnen reich das wird schon seinen grund haben auch die geistlichen sind mitleidig uns hat man aber unsere geistlichen genommen und wir haben niemand der einen beerdigen kann geh doch hin und besprich es mit deinen leuten zu befehl sie müssen schon so gut sein konstantin fjodorowitsch und ein wenig nachlassen sagte der zugereiste dorfwucherer im blauen rock an der anderen seite gehend ich hab's schon einmal gesagt ich mag nicht handeln ich bin nicht wie mancher andere gutsbesitzer zu dem du gerade an dem tage kommst wo er der leihkasse die zinsen bezahlen muss ich kenne euch ja ihr habt listen in denen vermerkt ist wer und wie viel er zu zahlen hat ist das ein kunststück wenn er das geld dringend braucht gibt er dir die ware auch zum halben preis her was brauche ich aber dein geld die ware kann bei mir auch drei jahre liegen ich brauche keine zinsen an die leihkasse zu zahlen das ist auch vernünftig konstantin fjodorowitsch ich mache das geschäft doch nur um auch in zukunft mit ihnen in verbindung zu bleiben und nicht aus geldgier wollen sie also die dreitausend rubel anzahlung nehmen der dorfwucherer holte aus dem busen einen pack fettiger banknoten kastanschogler nahm sie ihm höchst kaltblütig aus der hand und steckte sie ohne nachzuzählen in die hintere rocktasche hm dachte sich tschitschikow ganz als ob es ein taschentuch wäre kastanschogler zeigte sich in der salontür er machte auf tschitschikow jetzt einen noch größeren eindruck durch sein sonnengebräuntes gesicht seine struppigen schwarzen haare die stellenweise vorzeitig ergraut waren den lebhaften ausdruck der augen und sein ganzes etwas galliges südländisches aussehen er war kein reiner russe er wußte selbst nicht woher seine vorfahren stammten er interessierte sich nicht für seinen stammbaum da er der ansicht war dass dies unwichtig sei und für die landwirtschaft keine bedeutung habe er hielt sich für einen russen und kannte auch keine andere sprache außer der russischen platonow stellte ihm tschitschikow vor die schwäger küßten sich um mich von meiner langweile zu kurieren habe ich mich entschlossen eine reise durch einige gouvernements zu machen konstantin sagte platonow und pawel iwanowitsch machte mir den vorschlag mich ihm anzuschließen sehr schön sagte welche gegenden fuhr er fort sich freundlich an tschitschikow wendend gedenken sie auf ihrer reise zu besuchen offen gestanden antwortete tschitschikow den kopf höflich auf die seite neigend und zugleich mit der hand die armlehne des sessels streichelnd fahre ich weniger in eigenen geschäften als in einer fremden angelegenheit der general betrischtschew mein naher freund und ich darf wohl sagen wohltäter bat mich seine verwandten zu besuchen verwandte hin verwandte her doch ich fahre auch sozusagen im eigenen interesse ganz abgesehen vom nutzen im hinblick auf die hämorrhoiden ist auch die bekanntschaft mit der welt und dem strudel der menschen sozusagen ein lebendiges buch eine eigene wissenschaft ja es schadet gar nicht sich gewisse winkel anzusehen sie haben es ganz vortrefflich bemerkt es schadet wirklich nicht das ist das richtige wort man sieht dinge die man sonst nicht zu gesicht bekommt man lernt menschen kennen die man sonst nicht kennenlernen würde das gespräch mit manch einem menschen ist einen dukaden wert wie zum beispiel jetzt wo ich die gelegenheit habe ich wende mich an sie verehrtester konstantin fjodorowitsch lehren sie mich lehren sie mich stillen sie meinen durst durch belehrung ich ersehne ihre süßen worte wie himmlisches manna ja was soll ich sie lehren sagte kastanschogla verlegen ich habe ja selbst keine richtige bildung genossen lehren sie mich weisheit verehrtester weisheit die kunst das schwierige steuer der landwirtschaft zu handhaben die kunst sichere gewinne zu erzielen ein vermögen zu erwerben kein imaginäres sondern ein greifbares vermögen und damit die bürgerpflicht zu erfüllen und die achtung seiner landsleute zu erlangen wissen sie was sagte kastanschogla ihn nachdenklich anschauend bleiben sie einen tag bei mir ich will ihnen den ganzen verwaltungsmechanismus zeigen und alles erklären sie werden sehen daß gar nicht viel weisheit dahinter steckt natürlich bleiben sie doch sagte die hausfrau darauf wandte sie sich an ihren bruder und fügte hinzu bruder bleib doch da du hast ja nichts zu versäumen mir ist es gleich was meint pawel iwanowitsch ich bleibe mit dem größten vergnügen aber es ist noch so ein umstand ein verwandter des generals petrischtschew ein gewisser oberst der ist ja verrückt er ist allerdings verrückt ich würde ihn gar nicht besuchen aber der general petrischtschew mein naher freund und ich darf wohl sagen wohltäter in diesem falle wissen sie was sagte kastanschogla fahren sie zu ihm hin es sind keine zehn werst von hier meine droschke ist fertig angespannt fahren sie gleich zu ihm hin sie können zum tee wieder zurück sein ein ausgezeichneter gedanke rief tschitschikow und griff nach seinem hut die droschke fuhr vor und brachte ihn in einer halben stunde zum obersten das dorf war in einem chaotischen zustand neubauten umbauten haufen von ziegelsteinen mörtel und balken in allen straßen es gab einige häuser die wie amtsgebäude aussahen auf dem einen stand in goldenen lettern depot der landwirtschaftlichen geräte auf einem anderen hauptrechnungsexpedition ferner komitee für bauernangelegenheiten schule für die normalbildung der landleute mit einem worte weiß der teufel was es da nicht alles gab er traf den obersten mit einer feder in den zähnen vor einem hohen schreibpult stehen der oberst empfing tschitschikow mit ausgesuchter liebenswürdigkeit er sah äußerst gutmütig und freundlich aus er begann ihm zu erzählen wieviel mühe es ihn gekostet habe das gut in den jetzigen guten zustand zu bringen er beklagte sich mit bedauern wie schwer es sei es dem bauern verständlich zu machen dass es höhere triebe gebe die der mensch aus einem aufgeklärten luxus aus kunst und kunstgewerbe schöpfen könne daß es ihm bisher noch nicht gelungen sei die bauernweiber so weit zu bringen daß sie korsetts tragen während in deutschland wo er sich im jahre mit einem regiment aufhielt die müllers tochter klavier spielen konnte daß er es aber trotz dieses hartnäckigen verharrens in der unbildung erreichen werde daß der bauer hinter dem pfluge hergehend zugleich ein buch über franklins blitzableiter oder vergils georgica oder die chemische untersuchung des ackerbodens lesen wird ja freilich dachte sich tschitschikow und ich bin mit der gräfin lavaliere noch immer nicht fertig finde immer keine zeit dazu vieles sprach noch der oberst darüber wie man die menschen zum wohlstande bringen könne er maß dabei eine große bedeutung der kleidung zu er setzte seinen kopf dafür ein dass wenn man nur auch eine hälfte der russischen bauern mit deutschen hosen bekleiden wollte die wissenschaften und der handel sich heben und in rußland das goldene zeitalter anbrechen würde tschitschikow hörte lange zu ihm aufmerksam in die augen blickend und sagte sich schließlich mit dem brauche ich wohl keine großen umstände zu machen und er erklärte ihm ohne umschweife was er für seelen brauche und was für verträge und formalitäten dabei nötig seien so viel ich aus ihren worten ersehe sagte der oberst ohne das geringste erstaunen ist das eine bitte nicht wahr gewiß in diesem falle wollen sie sie schriftlich formulieren das gesuch kommt an das büro zur entgegennahme von berichten und meldungen das büro wird das gesuch signieren und an mich weiterleiten von mir kommt es an das komitee für bauernangelegenheiten dort werden ermittlungen angestellt und dann kommt das gesuch an den verwalter der verwalter wird aber gemeinsam mit dem sekretär erlauben sie rief tschitschikow so wird ja die sache gott weiß wie verschleppt wie kann man das auch schriftlich behandeln das ist ja so eine sache die seelen sind ja gewissermaßen tot sehr gut erwähnen sie das in ihrem gesuch daß die seelen gewissermaßen tot sind wie daß sie tot sind das kann man doch nicht hinschreiben sie sind zwar tot es soll aber den anschein haben als ob sie noch lebendig wären sehr gut dann schreiben sie es ist aber nötig oder es wird verlangt ersucht gewünscht daß es den anschein habe als ob sie noch lebendig wären ohne diese schreibereien kann man da gar nichts machen als beispiel kann ich ihnen england oder selbst napoleon anführen ich werde ihnen einen kommissionär mitgeben der sie an alle diese stellen geleiten wird er schwang die klingel sofort erschien irgendein mann sekretär man schicke mir sofort den kommissionär darauf erschien der kommissionär der halb wie ein bauer und halb wie ein beamter aussah er wird sie an alle die in betracht kommenden stellen führen was war mit dem obersten zu machen tschitschikow entschloss sich aus bloßer neugierde mit dem kommissionär mitzugehen um die in betracht kommenden stellen zu sehen das büro zur entgegennahme von berichten und meldungen existierte nur auf dem aushängeschild die türe war aber verschlossen der bisherige vorstand dieses büros chruljow war an das neu gebildete komitee für dorfbauten versetzt worden seine stellung nahm jetzt der kammerdiener berezowski ein aber auch der war von der baukommission irgendwohin abkommandiert worden sie klopften im komitee für bauernangelegenheiten an aber das wurde gerade umgebaut sie weckten irgendeinen betrunkenen konnten aber von ihm nichts vernünftiges erfahren bei uns herrscht die größte unordnung sagte endlich der kommissionär zu tschitschikow man führt den herrn an der nase herum die baukommission hat die ganze gewalt in händen sie nimmt die leute von der arbeit weg und schickt sie hin wo es ihr beliebt offenbar war er mit der baukommission unzufrieden tschitschikow wollte nichts mehr sehen zum obersten zurückgekehrt erzählte er ihm wie die dinge lagen was für eine unordnung bei ihm herrschte dass man von keinem menschen was erfahren konnte und dass die kommission zur entgegennahme von berichten überhaupt nicht existiert der oberst schäumte vor edler empörung und drückte tschitschikow zum zeichen des dankes kräftig die hand er griff sofort nach papier und feder und schrieb acht strenge anfragen nach welchem rechte hat die baukommission eigenmächtig über die ihr nicht unterstehenden beamten verfügt wie hat es der hauptverwalter zulassen können daß sein vertreter ohne seinen posten jemand anderem abzugeben sich zu einer untersuchung begeben hat und wie hat es das komitee für bauernangelegenheiten gleichgültig sehen können daß das büro zur entgegennahme von berichten und meldungen gar nicht existiert nun wird es ein donnerwetter geben dachte sich tschitschikow und wollte schon wegfahren nein ich lasse sie nicht fort hier steht meine ehre auf dem spiele ich will ihnen zeigen was ein organisches geregeltes wirtschaftssystem ist ich will mit ihrer sache einen mann betrauen der allein mehr wert ist als alle anderen er hat eine universität absolviert ja solche leibeigene habe ich um die kostbare zeit nicht zu verlieren möchte ich sie bitten sich in meiner bibliothek umzuschauen sagte der oberst eine seitentüre öffnend hier finden sie bücher papier federn bleistifte alles sie dürfen über alles verfügen sie sind hier der herr die aufklärung muß allen offen stehen so sprach kaschkaryow indem er ihn in seine bücherei geleitete es war ein großer von unten bis oben mit büchern angefüllter saal es gab hier sogar ausgestopfte tiere es gab bücher über alle zweige der landwirtschaft über forstwissenschaft viehzucht schweinezucht gartenbau fachzeitschriften über alles mögliche die man zugeschickt bekommt mit der aufforderung sie zu abonnieren die man aber nicht liest als tschitschikow sah daß es keine unterhaltungslektüre war wandte er sich einem anderen schrank zu und geriet aus dem regen in die traufe es waren lauter werke über philosophie sechs dicke bände fielen ihm in die augen mit dem titel vorbereitende einleitung in das gesamte gebiet des denkens theorie der gesamtheit gemeinsamkeit und wesenheit mit anwendung auf die erkenntnis der organischen grundlagen der zweiteilung der sozialen produktivität was für ein buch tschitschikow auch aufschlug auf jeder seite las er manifestation evolution abstraktion geschlossenheit und weiß der teufel was noch alles das ist nichts für mich sagte tschitschikow und wandte sich einem dritten schrank zu in dem kunstwissenschaftliche werke standen hier holte er einen riesengroßen band mit leichtsinnigen mythologischen abbildungen hervor und begann diese zu betrachten solche bilder gefallen oft junggesellen in mittleren jahren auch manchen alten herren die sich vom ballett und ähnlichen gepfefferten leckerbissen anregen lassen nachdem er mit dem einen band fertig war zog er einen anderen von der gleichen art heraus als oberst kaskaryow mit strahlendem gesicht und einem papier in der hand hereinkam alles ist erledigt und zwar wunderbar erledigt der mann von dem ich vorhin sprach ist ein wahres genie dafür werde ich ihn über alle setzen und für ihn allein ein eigenes departement gründen schauen sie nur was das für ein heller kopf ist und wie er das in den wenigen minuten erledigt hat na gott sei dank dachte sich tschitschikow und wurde ganz ohr der oberst las indem ich an die überlegung des mir von euer hochwohlgeboren erteilten auftrages gehe beehre ich mich zu diesem folgendes zu melden erstens schon im gesuch des herrn kollegienrats und ritters pawel iwanowitsch tschitschikow ist ein missverständnis enthalten da darin die in den revisionslisten geführten seelen versehentlich tote genannt werden darunter wird wohl der erwähnte herr die dem toden nahen doch nicht toten seelen gemeint haben auch weist eine solche benennung auf ein empirisches studium der wissenschaften und auf einen bildungsgang hin der sich wahrscheinlich auf eine niedere gemeindeschule beschränkt hat denn die seele ist unsterblich dieser schelm sagte kaschkaryow zufrieden die vorlesung unterbrechend hier hat er ihnen einen seitenhieb versetzt aber sie müssen gestehen daß der stil ausgezeichnet ist zweitens in unserem gute sind keinerlei unverpfändete weder dem tode nahe noch sonstige revisionsseelen vorhanden denn alle seelen ohne ausnahme sind nicht nur mit einfachen sondern auch unter nachzahlung von 150 rubeln pro seele mit zweiten hypotheken belastet mit ausnahme der leibeignen des kleinen dorfes gurmajilowka welches infolge des mit dem gutsbesitzer predischtschew schwebenden prozesses strittig und infolgedessen vom gericht mit arrest belegt worden ist worüber in nummer vier a der moskauer nachrichten eine anzeige erlassen worden ist warum haben sie es mir dann nicht gleich gesagt warum hielten sie mich unnütz auf sagte tschitschikow empört ja ich wollte dass sie es durch die formalitäten des schriftlichen instanzweges ersehen sonst ist es kein kunststück unbewusst kann es auch ein dummkopf sehen man soll aber sowas bewusst erfassen ende von abschnitt 29 gelesen von eva k abschnitt 30 von die toten seelen von nikolaj wassiljevic gogol diese librivox aufnahme ist in der public domain der zweite teil der toten seelen ist nur als fragment erhalten darum wurde an positionen wo text fehlt folgender ton eingefügt tschitschikow griff empört nach seiner mütze und lief alle anstandspflichten außer acht lassend aus dem hause er war aufs höchste aufgebracht der kutscher hielt mit der droschke vor der tür da er wusste dass es keinen zweck hatte die pferde auszuspannen wollte man den pferden futter geben so müsste man erst ein schriftliches gesuch einreichen und die resolution den pferden hafer zu verabreichen würde erst am nächsten tag erfolgen der oberst lief aber hinaus er drückte tschitschikow gewaltsam die hand drückte sie an sein herz und dankte ihm dafür daß er ihm gelegenheit gegeben hatte den verwaltungsmechanismus in der praxis zu sehen er sagte dass man den leuten schon ordentlich einheizen müsse weil sonst die federn dieses mechanismus verrosten und schlaff werden können dass ihm anlässlich dieses vorfalls die glückliche idee gekommen wäre eine neue kommission zu bilden welche kommission zur beaufsichtigung der baukommission heißen würde dann würde es schon niemand wagen zu stehlen tschitschikow kam böse und unzufrieden zurück zu einer stunde als die kerzen schon brannten warum kommen sie so spät fragte kastanschogler als er in der tür erschien so einen dummkopf habe ich meinen lebtag nicht gesehen entgegnete tschitschikow das ist noch gar nichts versetzte kastanschogler kaskaryow ist noch eine tröstliche erscheinung so ein mensch ist sogar nützlich weil sich in ihm karikiert und auffallend alle dummheiten unserer klugen spiegeln der klugen die ohne ihre heimat richtig zu kennen sich im auslande allerlei unsinn in den kopf setzen solche gutsbesitzer sind jetzt aufgekommen sie haben allerlei büros manufakturen schulen und kommissionen und weiß der teufel was noch alles eingeführt so sind diese klugen kaum fing das land an sich nach der franzoseninvasion von 1812 zu erholen als sie es schon wieder ruiniert haben sie haben es noch mehr heruntergebracht als der franzose so daß ein pjotr pietrowitsch pietuch noch als guter gutsbesitzer erscheint aber auch der hat schon alles verpfändet bemerkte tschitschikow na ja alles wird verpfändet nach diesen worten fing kastanschogler an allmählich böse zu werden da hat einer eine hut und eine kerzenfabrik gegründet hat sich die meister aus london verschrieben ist zu einem krämer geworden gutsbesitzer ist doch ein ehrenvoller beruf aber er wird manufakturist und fabrikant spinnereien um für die städtischen dirnen tüll herzustellen du hast aber doch auch fabriken bemerkte platonow wer hat sie eingeführt bei mir sind sie ganz von selbst entstanden als ich so viel wolle angesammelt hatte dass ich sie nicht mehr loswerden konnte fing ich an tuche zu weben doch einfache dicke tuche die werden zum billigen preise auf meinen dorfmärkten verkauft der bauer mein bauer braucht sie die fischer hatten sechs jahre lang die fischschuppen einfach am ufer liegen lassen nun was soll ich mit dem zeug machen da fing ich an aus ihnen leim zu sieden und das hat mir vierzigtausend abgeworfen alles ist bei mir so so ein teufel dachte sich tschitschikow ihn unverwandt anblickend so eine glückliche hand und ich habe mich darauf nur darum verlegt weil so viele arbeiter zusammengelaufen waren die sonst hungers gestorben wären es war ein hungerjahr und zwar dank den herren fabrikanten die die saat versäumt hatten solche fabriken gibt's bei mir genug bruder jedes jahr entsteht eine andere je nachdem was für abfälle und reste sich gerade angesammelt haben wenn du dich nur aufmerksam in deiner wirtschaft umsiehst so kann dir jeder dreck den du als unnötig fortwirfst etwas einbringen meine fabriken sind auch keine paläste mit säulen und frontons es ist erstaunlich am erstaunlichsten aber ist daß man an jedem dreck etwas verdienen kann sagte tschitschikow ich bitte sie wenn man die sache nur ganz einfach auffaßt wie sie ist jeder will aber gleich mechaniker sein und das kästchen das ganz einfach aufgeht mittels eines instrumentes öffnen er wird zu dem zweck zuerst nach england hinüberfahren das ist die sache diese narren nach diesen worten spuckte kostanschokler aus und wenn er zurückkommt so ist er hundertmal dümmer als er schon war ach konstantin du riegst dich schon wieder auf sagte seine frau besorgt du weißt doch daß dir das schadet wie soll ich mich nicht aufregen wenn das noch eine fremde angelegenheit wäre aber es geht mir so furchtbar nahe es ärgert mich daß der russische charakter verdorben wird im russischen charakter ist jetzt eine don quichotterie aufgekommen die ihm früher fremd war wenn sich der russe auf volksaufklärung verlegt so wird er zu einem don quichotte und führt gleich solche schulen ein wie sie auch einem dummkopf nicht einfallen würden und diese schulen ziehen menschen heran die zu gar nichts taugen weder für die stadt noch fürs land die verstehen nur zu trinken und sich was auf ihre menschenwürde einzubilden verlegt er sich auf die philanthropie so wird er zu einem don quichotte der philanthropie er baut für eine million rubel ganz dumme spitäler und ähnliche anstalten mit säulen und richtet sich selbst um die anderen zugrunde das ist seine philanthropie tschitschikow interessierte sich aber nicht für volksaufklärung er wollte von kostanschogler ausführlich erfahren wie man aus jedem dreck einen nutzen ziehen kann kostanschogler ließ ihn aber gar nicht zu worte kommen immer neue gallige worte kamen von seinen lippen und er konnte sie nicht mehr aufhalten die leute zerbrechen sich den kopf wie man den bauer aufklären soll mach ihn zuerst zu einem reichen tüchtigen landwirt dann wird er schon selbst etwas lernen sie können sich gar nicht vorstellen wie dumm heute die ganze welt geworden ist was diese federfuchser nicht alles schreiben wenn so einer ein buch erscheinen läßt stürzen sich gleich alle darauf jetzt sagen sie der bauer führt ein viel zu einfaches leben man muß ihn mit dem luxus bekannt machen und ihm bedürfnisse einflößen die sein vermögen übersteigen da sie selbst dank diesem luxus waschlappen und keine menschen sind da sie sich weiß der teufel was für krankheiten zugelegt haben und weil es keinen achtzehnjährigen jungen mehr gibt der nicht alles durchgekostet hätte so daß er keine zähne mehr hat und kahl ist wie eine schweinsblase so wollen sie auch die anderen anstecken gott sei dank dass wir noch einen gesunden stand haben der alle diese errungenschaften nicht kennt dafür müssen wir wirklich gott danken der ackerbauer ist unser ehrbarster stand was rührt man ihn an gott gebe dass alle leute so wären wie der ackerbauer sie glauben also dass der ackerbau das lohnendste unternehmen ist fragte tschitschikow nicht das lohnendste aber das rechtschaffenste es steht auch geschrieben im schweiße deines angesichts sollst du dein brot essen da gibt es nichts zu klügeln es ist durch die erfahrung der jahrhunderte nachgewiesen dass der ackerbauer moralischer edler und reiner ist und höher steht als jeder andere mensch ich sage ja nicht dass man nichts anderes anfangen soll der ackerbau soll aber allem anderen zugrunde liegen das ist es fabriken werden ganz von selbst entstehen auf einer natürlichen grundlage um dinge zu liefern die der mensch an ort und stelle braucht und nicht zur befriedigung von bedürfnissen die den menschen heute so geschwächt haben es sind nicht die fabriken die zur sicherung ihres absatzes auf die gemeinste weise vorgehen und das unglückliche volk verderben und demoralisieren was mich betrifft so werde ich nie so eine fabrik gründen die höhere bedürfnisse weckt und wenn man mir noch so viel von ihrem nutzen erzählt also keinen tabak und keinen zucker erzeugen und wenn ich auch eine million verlieren müßte wenn schon die demoralisation in die welt kommen soll dann nicht durch meine hände ich will vor gott gerecht dastehen ich lebe schon seit zwanzig jahren mit dem volke ich weiß wozu das führt mir erscheint es am erstaunlichsten dass man bei einer vernünftigen wirtschaftsführung aus jedem dreck aus allen abfällen nutzen ziehen kann ja und die volkswirtschaftler fuhr kastanschöckler mit einem gallig sarkastischen gesichtsausdruck fort ohne auf ihn zu hören das sind mir gute volkswirtschaftler durch die bank dummköpfe und keiner sieht weiter als seine dumme nase reicht so ein esel steigt aber aufs katheter setzt sich die brille auf idioten und er spuckte ärgerlich aus das stimmt alles aber rege dich bitte nicht so auf sagte seine frau als könnte man nicht über diese dinge reden ohne außer sich zu geraten wenn man ihnen zuhört verehrtester konstantin fjodorowitsch so dringt man sozusagen in den sinn des lebens ein betastet gleichsam den kern der sache gestatten sie mir aber das allgemeinmenschliche beiseite zu lassen und ihre aufmerksamkeit für eine privatangelegenheit in anspruch zu nehmen wenn ich sagen wir gutsbesitzer geworden bin und die absicht habe in kurzer zeit reich zu werden um auf diese weise sozusagen die wichtigste bürgerpflicht zu erfüllen was soll ich da anfangen was man anfangen soll um reich zu werden fiel ihm kastanschöckler ins wort das will ich ihnen gleich sagen wir wollen zu abend essen sagte die hausfrau vom sofa aufstehend sie trat in die mitte des zimmers und hüllte ihre jungen durchfrorenen glieder in ein tuch tschitschikow sprang mit einer beinahe militärischen gewandtheit vom stuhle auf bot ihr seinen arm und führte sie feierlich durch zwei zimmer ins esszimmer wo schon die terrine ohne deckel auf dem tisch stand einen angenehmen duft der suppe aus frischem grünzeug und den ersten kräutern des frühjahrs verbreitend alle nahmen platz die diener stellten flink sämtliche gerichte zugleich nebst allem zubehör in zugedeckten schüsseln auf den tisch und entfernten sich kastanschöckler liebte es nicht dass die lakaien den gesprächen der herrschaften zuhörten und noch viel weniger dass sie ihm in den mund sahen wenn er aß nachdem tschitschikow die suppe ausgelöffelt und ein glas von einem wunderbaren getränk getrunken hatte das an ungarwein erinnerte wandte er sich an den hausherrn mit folgenden worten gestatten sie mir verehrtester zum gegenstand unseres unterbrochenen gesprächs zurückzukehren ich fragte sie was man anstellen muß wie man es anfangen soll ein gut für das ich auch vierzigtausend rubel bezahlen würde wenn er so viel verlangte hm tschitschikow wurde nachdenklich warum kaufen sie es dann nicht selbst fragte er etwas schüchtern alles hat schließlich seine grenzen ich habe mit meinen gütern auch ohnehin genug zu tun außerdem schreien unsere edelleute dass ich ihre verzweifelte lage und ihren ruin ausnütze und ihre güter für ein spottgeld aufkaufe das habe ich endlich satt was doch alle menschen für eine neigung haben einander zu verleumden sagte tschitschikow und erst in unserem gouvernement das können sie sich gar nicht vorstellen sie nennen mich auch nicht anders als einen filz und einen geizhals sich selbst rechtfertigen sie natürlich in allen dingen ich bin wohl an den bettelstab gekommen sagt so einer aber nur weil ich mit höheren bedürfnissen lebte weil ich die industriellen das heißt die gauner welche unterstützte man kann ja auch wie ein schwein leben wie dieser kostanschokler ich möchte gern selbst solch ein schwein sein sagte tschitschikow lauter unsinn was sind das für höhere bedürfnisse wen glauben sie zu betrügen so einer schafft sich zwar bücher an liest sie aber nie die sache endet mit kartenspiel und und alles kommt daher weil ich ihnen keine diners gebe und kein geld pumpe diners gebe ich nicht weil dies mir lästig wäre ich bin es nicht gewohnt wenn du aber zu mir kommst um das zu essen was ich selbst esse so bist du mir willkommen dass ich kein geld verleihe ist unsinn wenn du zu mir wirklich in notlage kommst und mir ausführlich erzählst was du mit dem von mir her geliehenen geld anfangen willst wenn ich aus deinen worten ersehe daß du es vernünftig verwenden willst und daß mein geld dir wirklich einen nutzen abwirft so schlage ich es dir nicht ab und verzichte sogar auf die zinsen das muß man sich merken dachte sich tschitschikow niemals würde ich es in einem solchen falle abschlagen fuhr kastanschokler fort aber das geld zum fenster hinauswerfen das tue ich nicht da muß man mich schon entschuldigen holst der teufel er veranstaltet irgendein diner für seine geliebte oder stattet sein haus mit wahnsinnig teuren möbeln aus oder will mit einer dirne einen maskenball besuchen oder feiert ein jubiläum zum andenken daran dass er so lange unnütz auf der welt gelebt hat und ich soll ihm das geld dazu leihen hier spuckte kastanschokler aus und hätte beinahe in gegenwart seiner gattin einige unanständige schimpfworte gebraucht ein ausdruck finsterer hypochondrie verdüsterte sein gesicht an seiner stirne bildeten sich längs und querfalten anzeichen einer zornigen regung der galle gestatten sie mir meinen hochverehrter wieder auf den gegenstand des unterbrochenen gesprächs zurückzukommen sagte tschitschikow indem er noch ein gläschen himbeerlikör trank der wirklich ganz ausgezeichnet war wenn ich sagen wir in der tat das gut gekauft habe von dem sie eben sprachen wieviel zeit brauche ich dann um so reich zu werden dass wenn sie schnell reich werden wollen fiel ihm kastanschokler rasch ins wort so werden sie niemals reich werden wenn sie dagegen reich werden wollen ohne nach der zeit zu fragen so werden sie schnell reich werden so verhält es sich also sagte tschitschikow ja entgegnete kastanschokler kurz als zürnte er tschitschikow man muß die arbeit lieben ohne diese liebe läßt sich nichts anfangen man muß die wirtschaft liebgewinnen ja glauben sie mir das ist gar nicht langweilig die leute sagen auf dem lande ist es langweilig ich aber würde vor langweile sterben wenn ich einen tag in der stadt so verbringen müsste wie sie die zeit in ihren dummen clubs wirtshäusern und theatern verbringen narren dummköpfe ein närrisches geschlecht der landwirt darf sich nicht langweilen er hat keine zeit dazu in seinem leben gibt es auch keinen zoll leeren raum es alles ist angefüllt schon diese abwechslung in der tätigkeit und was für einer tätigkeit es sind beschäftigungen die wahrhaft den geist erheben man mag sagen was man will der mensch geht hier hand in hand mit der natur mit den jahreszeiten er ist gleichsam mitarbeiter und mitberater an allem was in der schöpfung geschieht betrachten sie mal den jahreszyklus seiner arbeiten wie schon vor frühlingsbeginn alles auf der lauer liegt und den frühling erwartet die saat wird vorbereitet das getreide in den scheunen wird durchgelesen nachgemessen und getrocknet die arbeitsleistungen der bauern werden neu festgesetzt alles wird im voraus nachgesehen und berechnet und wenn das eis bricht und die flüsse wieder frei dahinfließen wenn alles trocken wird und die erde sich lockern lässt da arbeitet in den gemüsepflanzungen und gärten der spaten und im felde der pflug und die egge es wird gepflanzt gesetzt und gesät verstehen sie das eine kleinigkeit die künftige ernte wird ausgesät die nahrung von millionen nun ist der sommer angebrochen es wird gemäht und gemäht und schon ist man mitten in der ernte erst roggen dann wieder roggen dann weizen gerste und hafer alles kocht man darf keine minute versäumen und wenn man auch zwanzig augen hat so haben alle zwanzig genug zu tun und wenn man mit diesen arbeiten fertig ist heißt es die ernte in den tennen zusammenfahren und zu schobern aufschichten die äcker für die wintersaat bestellen die scheunenschuppen und viehställe für den winter instand setzen zugleich kommen alle die weiberarbeiten und wenn man hinterher das fazit zieht und sieht was man geschaffen hat so ist es ja und der winter auf allen tennen wird gedroschen und das gedroschene getreide aus den darren in die speicher gebracht man geht in die mühle man geht auch in die fabriken man schaut in den arbeitshof hinein man schaut auch beim bauern nach was er für sich selbst arbeitet wenn ein zimmermann richtig mit der axt umgeht so bin ich imstande ihm zwei stunden lang zuzusehen solche freude macht mir seine arbeit und wenn man dabei sieht wie zweckmäßig alles gemacht wird wie alles sich mehrt und frucht und gewinn bringt so kann ich ihnen gar nicht sagen wie da bei einem zumute ist und nicht weil sich das geld vermehrt geld hin geld her sondern weil alles das werk deiner hände ist weil du siehst daß du die ursache und der schöpfer dieser dinge bist und daß du wie ein magier den überfluß und wohlstand ausstreust ja wo finden sie einen höheren genuß sagte er hob sein gesicht und plötzlich waren die falten verschwunden wie ein zar am tage seiner festlichen krönung so leuchtete er ganz und sein gesicht sandte strahlen aus in der ganzen welt werden sie keinen ähnlichen genuss finden hierin ahmt der mensch den schöpfer nach gott hat das werk der schöpfung als den höchsten genuss auserkoren und verlangt auch vom menschen dass er gleich ihm der schöpfer eines glückseligen zustandes in seiner umgebung sei und das nennt man eine langweilige tätigkeit tschitschikow lauschte den süßtönenden reden des hausherrn wie dem gesange eines paradiesvogels das wasser lief ihm im munde zusammen seine augen leuchteten ölig und süß und er wollte noch immer mehr hören konstantin es ist zeit die tafel aufzuheben sagte die hausfrau und stand auf alle erhoben sich tschitschikow reichte der hausfrau den arm und führte sie zurück aber seinen bewegungen fehlte diesmal die gewohnte eleganz da seine gedanken mit höchstgewichtigen dingen beschäftigt waren du magst erzählen was du willst es ist aber doch so langweilig sagte platonow hinter ihnen hergehend der gast ist wohl gar kein dummer mensch dachte sich der hausherr er ist aufmerksam spricht gesetzt und ist kein federfuchser nachdem er sich dies gedacht hatte wurde er noch lustiger als hätte er bei dem gespräch feuer gefangen und als freue er sich daß er einen menschen gefunden habe der es verstehe so klugen ratschlägen zuzuhören als sie später in dem kleinen gemütlichen von kerzen erleuchteten zimmer dem balkon und der auf den garten hinausgehenden glastüre gegenüber platz genommen hatten und zu ihnen die über den wipfeln des schlafenden gartens leuchtenden sterne hereinblickten da fühlte sich tschitschikow so wohlig und gemütlich wie schon lange nicht als hätte ihn nach langen fahrten sein heimatliches dach aufgenommen als hätte er seinen wanderstab mit dem worte genug weggeworfen in diese angenehme stimmung hatte ihn das kluge gespräch des gastfreien hausherrn versetzt für jeden menschen gibt es worte die ihm näher und vertrauter sind als alle anderen und oft begegnet man unerwartet in einem entlegenen gott verlassenen nest in einer menschenleeren einöde einem menschen dessen erwärmende unterhaltung die unwegsamen wege die unbehaglichen nachtquartiere die sinnlosigkeit des heutigen lärms und die verlogenheit des trugs vergessen macht mit dem die menschen angeführt werden ein auf diese weise verbrachter abend prägt sich lebendig und für alle ewigkeit der erinnerung ein und das treue gedächtnis bewahrt alles wer noch dabei war wo ein jeder saß und was er in den händen hielt die wände die ecken und jede bagatelle so merkte sich auch tschitschikow an diesem abend alles dieses kleine nette bescheiden ausgestattete zimmer den gutmütigen gesichtsausdruck des klugen hausherrn sogar das tapetenmuster auch die pfeife mit dem bernsteinmundstück die man platonow reichte den rauch den er jarb in die dicke schnauze blies jarbs schnauben das lachen der hübschen hausfrau das sie mit den worten laß es quäl ihn nicht unterbrach die lustig flackernden kerzen das heimchen in der ecke die glastüre und die frühlingsnacht die auf die von den sternen überschütteten baumwipfel gelehnt zu ihnen hereinblickte von lautem gesang erfüllt den die nachtigallen aus der tiefe des grünen dickichts schmetterten süß sind mir ihre worte verehrter konstantin fjodorowitsch versetzte tschitschikow ich kann wohl sagen dass ich in ganz russland noch keinen menschen getroffen habe der ihnen an klugheit gleich käme der hausherr lächelte er fühlte selbst dass diese worte nicht unberechtigt waren nein wenn sie einen wirklich klugen menschen kennenlernen wollen so haben wir hier einen von dem man wirklich sagen kann das ist ein kluger mensch ich bin aber auch seines kleinen fingers nicht wert wer mag das wohl sein fragte tschitschikow erstaunt es ist unser brandweinpächter murazow diesen namen höre ich schon zum zweiten mal rief tschitschikow aus das ist ein mann der nicht bloß ein gut sondern auch einen ganzen staat verwalten könnte hätte ich ein kaiserreich ich würde ihn sofort zu meinem finanzminister machen man sagt es sei ein mann der jedes maß der wahrscheinlichkeit übersteigt es heißt er hätte sich zehn millionen erworben ach was zehn mehr als vierzig bald wird ihm halb russland gehören was sie nicht sagen rief tschitschikow aus die augen und den mund aufreißend ganz bestimmt das ist ja klar langsam reich wird nur der der hunderttausende besitzt aber einer der millionen hat hat auch einen großen wirkungsradius was er auch errafft so ist es gleich zwei und dreimal so viel als was er schon hat der wirkungsbereich ist allzu groß er hat auch keine konkurrenten niemand kann mit ihm streiten was für einen preis er auch nennt bei dem bleibt es es ist niemand da der ihn überbieten könnte du lieber gott sagte tschitschikow und bekreuzigte sich tschitschikow blickte kastanschogler in die augen und ihm stockte der atem es ist ja einfach unfassbar das denken steht vor entsetzen still man bewundert die weisheit der göttlichen vorsehung die sich im kleinsten insekt kund gibt mir aber erscheint es weit erstaunlicher dass so große summen durch die hände eines sterblichen gehen können gestatten sie eine frage sagen sie sein grundkapital hat er wohl auf eine nicht ganz einwandfreie weise erworben auf dem rechtmäßigsten wege und mit den ehrlichsten mitteln das kann ich nicht glauben es ist ganz unwahrscheinlich wenn es noch tausende wären aber millionen im gegenteil tausende kann man nicht so leicht auf einwandfreie weise verdienen wie millionen ein millionär braucht keine krummen wege zu gehen er geht den geraden weg und nimmt alles was vor ihm liegt ein anderer kann es gar nicht haben es geht über seine kraft er aber hat keine konkurrenten sein wirkungsradius ist eben groß ich sage ja was er auch errafft so ist es gleich zwei und dreimal so viel als was hat man aber von einem tausend zehn bis zwanzig prozent das unfassbarste ist dass das ganze mit einer kopeke angefangen hat anders kann es ja auch gar nicht sein das ist der natürlichste lauf der dinge sagte kastanschogler wer mit tausenden zur welt gekommen ist mit tausenden aufgewachsen ist der kann nichts mehr erwerben der hat schon seine bedürfnisse und weiß gott was noch alles man muss vom anfang und nicht von der mitte beginnen mit der kopeke und nicht mit dem rubel von unten und nicht von oben nur dann lernt man die menschen und die verhältnisse kennen unter denen man sich später abplagen muß wenn man so manches an der eigenen haut gespürt wenn man erfahren hat daß jede kopeke wie es im sprichwort heißt mit einem dreikopeken nagel befestigt ist und wenn man alle prüfungen durchgemacht hat so ist man so klug und gewitzigt daß man sich bei keinem unternehmen verrechnet und niemals abstürzt glauben sie mir es ist so man muß vom anfang beginnen und nicht von der mitte wenn mir einer sagt geben sie mir hunderttausend rubel ich werde gleich reich werden so traue ich ihm nicht er spekuliert aufs gerate wohl und geht nicht sicher man muß mit der kopeke anfangen in diesem falle werde ich reich werden sagte tschitschikow dem unwillkürlich die toten seelen in den sinn kamen denn ich fange tatsächlich mit nichts an konstantin es ist für pawel iwanowitsch zeit zur ruhe zu gehen sagte die hausfrau du redest aber immer weiter sie werden ganz bestimmt reich werden sagte kostanschokler ohne auf die hausfrau zu hören ihnen wird das gold in strömen zufließen in strömen sie werden gar nicht wissen was mit ihren einkünften anzufangen pawel iwanowitsch saß wie verzaubert im goldenen reiche der immer üppiger wuchernden träume und fantasien seine gedanken wirbelten durcheinander seine einbildungskraft kam in schwung und stickte auf dem goldenen teppich der künftigen gewinne goldene blumen und in seinen ohren klangen die worte wieder ihnen wird das gold in strömen zufließen wirklich konstantin für pawel iwanowitsch ist es zeit schlafen zu gehen was geht's dich an geh selbst wenn du schlafen willst sagte der hausherr da hielt er aber inne weil durchs ganze zimmer das schnarchen platonows tönte gleich darauf hörte man auch jarb noch lauter schnarchen der hausherr sah ein daß es wirklich schlafenszeit war er rüttelte platonow auf sagte ihm lass das schnarchen und wünschte tschitschikow eine gute nacht alle zogen sich in ihre zimmer zurück und schliefen bald ein tschitschikow allein fand keinen schlaf seine gedanken waren wach er überlegte sich wie er der besitzer eines wirklichen und keines fantastischen gutes werden könnte nach dem gespräch mit dem hausherrn war ihm alles klar die möglichkeit reich zu werden schien ihm so offensichtlich das schwierige unternehmen der landwirtschaft kam ihm jetzt so leicht und so verständlich vor und obendrein wie geschaffen für seine natur es gilt nur alle die toten zu verpfänden um sich ein wirkliches gut anzuschaffen er sah sich schon so handeln und wirtschaften wie kastanschöckler gelehrt hatte umsichtig gewandt ohne neues einzuführen ehe er das alte durch und durch erfasst hätte ehe er alles mit eigenen augen gesehen alle bauern kennengelernt auf jeden luxus verzichtet und sich ausschließlich der arbeit und der landwirtschaft gewidmet haben würde schon im voraus durchkostete er das vergnügen das er empfinden würde wenn in allen dingen eine planmäßige ordnung herrschen und alle räder der wirtschaftsmaschine in bewegung kommen und ineinander greifen würden die arbeit wird munter vorwärts gehen und ebenso wie in einer mühle das korn zu mehl zermahlen wird so wird bei ihm auch aus jedem abfall und dreck bargeld entstehen der wunderbare landwirt stand unablässig vor seinen augen er war der erste mann in russland für den er eine persönliche hochachtung empfand bisher hatte er die menschen nur wegen ihrer hohen titel oder großen vermögen geschätzt des verstandes wegen hatte er aber eigentlich noch keinen menschen geachtet kastanschogler war der erste er fühlte daß er sich mit ihm auf keinerlei kunststücke einlassen dürfe ihn beschäftigte ein anderes projekt das gut chlabujews zu kaufen 10.000 rubel besaß er 15.000 wollte er sich von kastanschogler zu borgen versuchen da ihm dieser doch selbst erklärt hatte dass er bereit sei einem jeden zu helfen der die absicht habe reich zu werden den rest würde er von der leihkasse für die toten seelen bekommen schließlich konnte er ihn auch schuldig bleiben das wäre ja auch ein ausweg soll jener nur prozessieren wenn er lust hat lange noch dachte er darüber nach endlich nahm der schlaf der das ganze haus schon seit vier stunden wie man zu sagen pflegt umfangen hielt auch tschitschikow in seine arme auf er schlief fest ein ende von abschnitt 30 gelesen von eva k die toten seelen ist nur als fragment erhalten darum wurde an positionen wo text fehlt folgender ton eingefügt am folgenden tage erledigte sich alles so wie man es sich gar nicht besser wünschen konnte kastanschogler gab ihm mit freuden die zehntausend rubel ohne zinsen und ohne bürgschaft gegen eine gewöhnliche empfangsbestätigung so gern half er jedem auf dem wege zum wohlstand und noch mehr als das er erklärte sich bereit tschitschikow zu chlobujev zu begleiten um sich mit ihm zusammen das gut anzusehen tschitschikow war in bester laune nach einem ordentlichen frühstück machten sie sich auf den weg und nahmen alle drei in pawel iwanowitschs wagenplatz die droschke des hausherrn folgte lea hinten nach jarb lief voraus und scheuchte am straßenrande die vögel auf ganze fünfzehn verst weit zogen sich zu beiden seiten der straße die wälder und äcker kastanschoglos hin als sein besitz aufhörte wurde alles gleich anders das getreide wuchs spärlich und statt wälder gab es nur baumstrünke das kleine gut schien trotz seiner schönen lage auch aus der ferne gesehen arg vernachlässigt zuerst zeigte sich das noch unbewohnte neue erst im rohbau fertige steinerne haus dann erst erblickte man das andere bewohnte haus den hausherrn fanden sie zerzaust und verschlafen vor er war eben erst aufgestanden er schien etwa vierzig jährig seine halsbinde war schief gebunden der rock hatte einen flicken der stiefel ein loch über die ankunft der gäste war er so erfreut wie über gott weiß was als hätte er nach langer trennung seine brüder wieder gesehen konstantin fjodorwitsch platon michailovitsch was für eine freude haben sie mir mit ihrem besuch bereitet erlauben sie mir dass ich mir erst die augen reibe ich glaubte schon dass mich niemand mehr besuchen will alle fliehen mich wie die pest ein jeder fürchtet ich würde ihn anpumpen ach es ist so schwer konstantin fjodorwitsch ich sehe ja dass ich selbst an allem schuld bin was soll ich machen ich bin mal so ein schwein und lebe wie ein schwein entschuldigen sie meine herren dass ich sie in diesem aufzuge empfange die stiefel sind wie sie sehen durchlöchert womit darf ich sie bewirten bitte ohne umstände wir kommen in geschäften ich bringe ihnen einen käufer pawel iwanowitsch tschitschikow sagte kastanschoglor es freut mich herzlich sie kennen zu lernen lassen sie mich ihre hand drücken tschitschikow reichte ihm beide hände wie gerne würde ich ihnen verehrtester pawel iwanowitsch ein gut zeigen das wirklich beachtung verdiente übrigens mein herrn darf ich fragen haben sie schon mittag gegessen wir haben schon gegessen sagte kastanschoglor um diese frage möglichst schnell zu erledigen wir wollen keine zeit verlieren und gleich mit der besichtigung anfangen in diesem falle wollen wir gehen nahm seine mütze in die hand sie sollen meine unordnung und liederlichkeit sehen die gäste setzten ihre mützen auf und gingen alle die dorfstraße entlang von beiden seiten starrten blinde hütten mit kleinen fenstern die mit fußlappen zugestopft waren sie sollen meine unordnung und liederlichkeit sehen sagte chlabujev wieder sie haben natürlich gut getan dass sie schon gegessen haben glauben sie mir konstantin fjodorowitsch ich habe kein krümchen im hause so weit ist es mit mir gekommen er seufzte auf und da er wohl wußte daß er von konstantin fjodorowitsch wenig teilnahme zu erwarten hatte nahm er platonow unter den arm und ging mit ihm voraus dessen hand kräftig an sein herz drückend kostanschekler und tschitschikow folgten ihnen arm in arm in einiger entfernung es ist schwer platon michailowitsch so furchtbar schwer sagte chlabujev zu platonow sie können sich gar nicht vorstellen wie schwer es ist kein geld kein getreide keine stiefel das sind für mich lauter unbekannte fremdworte ich würde mir daraus gar nichts machen wenn ich jung und alleinstehend wäre wenn man aber von diesem ungemach im alter betroffen wird und dazu eine frau und fünf kinder hat so muss man traurig werden nun und wenn sie das gut verkaufen wird das ihnen helfen fragte platonow ach was helfen sagte chlabujev mit einer hoffnungslosen handbewegung alles werden die gläubiger kriegen und mir selbst bleiben keine tausend rubel was werden sie dann anfangen das weiß gott allein warum unternehmen sie nichts um aus dieser klemme zu kommen was soll ich bloß unternehmen nun nehmen sie doch irgendeine stellung ich stehe doch nur im range eines gouvernements sekretärs was für eine stellung kann man mir bieten doch nur eine ganz untergeordnete kann ich denn ein gehalt von fünfhundert rubel im jahre annehmen ich habe ja eine frau und fünf kinder werden sie doch gutsverwalter wer wird mir sein gut anvertrauen ich habe ja das meinige heruntergebracht nun wenn einem der hungertod droht so muß er doch was unternehmen ich will meinen bruder fragen ob er ihnen nicht eine stellung in der stadt vermitteln kann nein platon michailowitsch sagte chlabujev seufzend und ihm fest die hand drückend ich tauge jetzt zu nichts mehr ich bin vorzeitig alt geworden von allen sünden habe ich kreuzschmerzen und rheumatismus in der schulter wie kann ich daran auch nur denken was soll ich den staat schädigen es gibt jetzt auch ohne mich genug leute die nur der einkünfte wegen dienen gott behüte daß meines gehaltes wegen den armen ständen neue steuern auferlegt werden das sind die früchte der liederlichen lebensweise dachte sich platonow das ist noch schlimmer als mein ewiger schlaf während sie miteinander so sprachen regte sich kastanschogler der mit tschitschikow hinter ihnen herging furchtbar auf schauen sie nur sagte kastanschogler mit dem finger zeigend in welches elend er die bauern gestürzt hat keiner von ihnen hat einen wagen oder ein pferd wenn es mal eine seuche gibt so soll man doch an sein eigenes hab und gut nicht denken da muss man alles verkaufen und den bauern mit vieh versehen damit er auch nicht einen tag der arbeitstiere entbehrt jetzt kann man das auch in vielen jahren nicht wieder gut machen der bauer ist inzwischen ein faulenzer bummler und säufer geworden wenn man ihn auch nur ein jahr ohne arbeit sitzen lässt so hat man ihn für alle ewigkeit demoralisiert dann ist er schon gewöhnt seine lumpen zu tragen und sich arbeitslos herumzutreiben und wie gut das land dabei ist schauen sie sich nur das land an sagte er auf die wiesen zeigend die gleich nach den bauernhäusern kamen alles ist überschwemmungsgebiet ich würde da flachs bauen und fünftausend rubel am flachs allein verdienen würde rüben bauen und an den rüben viertausend verdienen aber schauen sie nur her dieser roggen da am abhang ist aus zufällig verschütteten körnern gewachsen er hat ja gar keinen roggen gesät das weiß ich und hier diese schluchten hier würde ich solche wälder anpflanzen dass keine krähe die baumwüpfel erreichen könnte und einen so unschätzbaren boden lässt er brach liegen wenn du schon keinen pflug hast um den boden zu pflügen so nimm doch einen spaten und baue gemüse an dann holst du es am gemüse nach nimm selbst den spaten in die hand zwinge deine frau die kinder das hausgesinde dazu stirb bei der arbeit dann stirbst du wenigstens bei der erfüllung deiner pflicht und nicht weil du dich zum mittag wie ein schwein vollgefressen hast kastanschergler spuckte nach diesen worten aus und sein gesicht wurde wieder von einem galligen ausdruck umdüstert als sie näher herankamen und am rande des mit beifuß bewachsenen abhanges standen als in der ferne eine glänzende windung des flusses und ein dunkler bergvorsprung auftauchten und etwas näher ein teil des im gehölz versteckten hauses des generals petrischtschew sichtbar wurde hinter diesem aber ein kraus mit waldbewachsener in den bläulichen dunst der entfernung gehüllter hügel an dem tschitschikow erriet daß es wohl tientietnikows besitz sei sagte er wenn man hier wälder anpflanzen wollte so würde die landschaft an schönheit sie sind wohl ein liebhaber schöner aussichten sagte kastanschergler ihn plötzlich streng anblickend passen sie auf wenn sie den schönen aussichten nachjagen so bleiben sie ohne brot und ohne aussichten schauen sie auf den nutzen und nicht auf die schönheit die schönheit wird von selbst kommen das können sie auch an den städten sehen am schönsten sind solche städte die von selbst entstanden sind wo jeder nach seinen bedürfnissen und nach seinem geschmack gebaut hat solche städte aber die man nach der schnur errichtet hat sind nur kasernen lassen sie die schönheit beiseite achten sie nur auf das nützliche es ist schade daß man so lange warten muß man möchte gern alles so sehen wie man es haben will sind sie denn ein 25 jähriger jüngling ein petersburger beamter geduld arbeiten sie sechs jahre nacheinander pflanzen sie säen sie graben sie den boden um und gönnen sie sich keinen augenblick ruhe es ist wohl schwer wenn sie aber den boden ordentlich aufgerüttelt haben und er ihnen selbst zu hilfe kommt so ist es etwas ganz anderes als ein nein väterchen bei ihnen werden dann außer ihren siebzig arbeits händen noch andere siebenhundert unsichtbare hände mit arbeiten alles verzehnfacht sich bei mir braucht man jetzt keinen finger zu rühren alles geschieht ganz von selbst ja die natur liebt die geduld das ist ein gesetz das ihr der schöpfer selbst gegeben hat der die geduldigen segnet wenn man ihnen zuhört fühlt man den zufluss neuer kräfte es ist so erhebend für den geist sehen sie nur wie das land gepflügt ist rief kastanchogler schmerzlich aus auf den abhang zeigend ich kann hier nicht länger bleiben eine solche unordnung und verwahrlosung zu sehen ist für mich der tod sie können mit ihm auch ohne mich handelseinig werden nehmen sie diesem dummkopf seinen schatz so schnell als möglich ab er schändet nur die gabe gottes nach diesen worten nahm kastanchogler in düsterer und galliger gemütsverfassung von tschitschikow abschied holte dann hlabujev ein und begann sich auch von ihm zu verabschieden ich bitte sie konstantin fjodorowitsch sagte jener erstaunt sie sind erst eben gekommen und wollen schon wieder fort es geht nicht anders ich muß dringend nach hause sagte kastanchogler er verabschiedete sich setzte sich in seinen wagen und fuhr davon hlabujev hatte anscheinend den grund erraten warum er ihn verließ konstantin fjodorowitsch hat es nicht aushalten können sagte er für einen solchen landwirt ist es wirklich keine freude eine soliderliche wirtschaft zu sehen glauben sie mir pawel iwanowitsch ich habe in diesem jahre nicht einmal roggen gesät mein ehrenwort ich hatte kein saatgut ganz abgesehen davon daß ich weder pflug noch pferde habe ihr bruder soll ein vortrefflicher landwirt sein platon michailowitsch von konstantin fjodorowitsch gar nicht zu reden er ist ein napoleon in seinem fach gar oft frage ich mich warum wird einem einzigen kopf so viel verstand verliehen wären doch nur ein tropfen von seinem verstand für meinen dummen kopf geblieben hier auf der brücke müssen sie sich in acht nehmen meine herren um nicht in die pfütze zu plumpsen ich hatte im frühjahr befohlen die bretter auszubessern am meisten tun mir die armen bauern leid sie brauchen ein gutes vorbild aber was können sie von mir lernen was soll ich machen nehmen sie sie doch unter ihrer obhut pawel iwanowitsch wie soll ich sie an ordnung gewöhnen wenn ich selbst so unordentlich bin ich hätte sie schon längst freigelassen aber auch das würde zu nichts führen ich sehe ja daß man sie erst so weit bringen muß daß sie leben können sie brauchen einen strengen und gerechten herrn der mit ihnen lange zusammenlebt und durch das eigene beispiel einer unermüdlichen tätigkeit der russe kann wie ich es an mir selbst sehe nicht ohne einen antreiber auskommen sonst schläft er ein und versauert seltsam sagte platonow warum ist der russe so geneigt einzuschlafen und zu versauern dass wenn man den einfachen mann nicht beaufsichtigt er ein taugenichts und säufer wird aus mangel an aufklärung bemerkte tschitschikow gott allein weiß woher das kommt wir zum beispiel sind aufgeklärte menschen haben auf der universität vorlesungen gehört doch wozu taugen wir was habe ich gelernt ich habe nicht nur nicht gelernt ordentlich zu leben sondern mir im gegenteil die kunst angeeignet möglichst viel geld für allerhand raffinement und komfort auszugeben ich habe hauptsächlich solche dinge kennengelernt die geld kosten kommt das daher weil ich schlecht lernte nein ich lernte nicht schlechter als meine kollegen zwei oder drei von ihnen haben aus dem studium nutzen gezogen und das vielleicht auch nur darum weil sie ohnehin kluge menschen waren die anderen suchen aber nur solche dinge kennen zu lernen die die gesundheit schädigen und einem geld aus der tasche locken bei gott ich glaube nämlich folgendes zuweilen scheint es mir fast dass der russe ein verlorener mensch ist er will alles machen und kann nichts wir nehmen uns jeden tag vor morgen ein neues leben zu beginnen und eine strenge diät einzuführen aber gefehlt am abend des gleichen tages frisst man sich so voll dass man nur noch träge augenlider auf und zu klappt und die zunge nicht mehr bewegen kann wie eine eule sitzt man da und starrt die anderen leute an wahrhaftig und so sind alle ja sagte tschitschikow lächelnd so was kommt vor wir sind nicht für die vernunft geboren ich glaube nicht dass einer von uns vernünftig sein könnte wenn ich sogar sehe dass jemand ordentlich lebt und geld verdient und zurücklegt so traue ich dem nicht wenn der mal alt wird so unterliegt auch er der versuchung und bringt zuletzt alles auf einmal durch und so sind wir wirklich alle die gebildeten wie die ungebildeten nein es fehlt uns etwas anderes aber was das weiß ich selbst nicht zu sagen auf dem rückwege boten sich ihnen die gleichen bilder schmutz und unordnung grinsten hässlich aus allen dingen es war nur eine neue pfütze mitten in der straße hinzugekommen alles war vernachlässigt und verwahrlost wie bei dem besitzer so auch bei den bauern ein böses bauernweib in einem fettigen groben rock hatte ein armes kleines mädchen halb tot geprügelt und schimpfte nun ganz abscheulich auf jemand in dritter person in dem sie alle teufel anrief zwei bauern standen in einiger entfernung und sahen mit stoischem gleichmut dem wüten des betrunkenen weibes zu der eine kratzte sich die untere rückenpartie und der andere gähnte das gleiche gähnen sah man auch an allen bauten auch die dächer gähnten bei diesem anblick musste auch platonow gähnen ein flicken auf dem anderen auf einem der bauernhäuser lag statt des daches ein ganzes tor die eingefallenen fenster waren von stangen gestützt die man aus der herrschaftlichen scheune gestohlen hatte offenbar herrschte in dieser wirtschaft das system von trischkas kaftan man schnitt die aufschläge und die schöße ab um die ellenbogen zu flicken ja ihre wirtschaft befindet sich in einem wenig beneidenswerten zustande sagte tschitschikow als sie nach besichtigung von dem anlanken in den zimmern mussten sie über die merkwürdige mischung von armut mit dem glänzenden firlefanz eines späten luxus staunen auf dem tintenfass saß irgendein shakespeare auf dem tisch lag ein elegantes elfenbein instrument mit dem man sich selbst den rücken kratzen konnte die hausfrau war mit geschmack und nach der mode gekleidet und sprach von der stadt und vom theater das dort eben gegründet worden war die kinder waren lebhaft und lustig die knaben und die mädchen waren sehr schön gekleidet nett und mit geschmack es wäre besser wenn sie bunte hausgewebte röckchen und einfache hemdchen an hätten und im hofe herumliefen ohne sich irgendwie von den bauernkindern zu unterscheiden die hausfrau bekam bald besuch von einer sehr geschwätzigen dame und zog sich mit ihr in ihr zimmer zurück die kinder folgten ihnen die männer blieben allein was wäre also ihr preis fragte tschitschikow offengestanden stelle ich diese frage um den alleräußersten preis zu erfahren denn das gut ist in einem viel schlechteren zustande als ich es erwartet hatte im allerschlechtesten zustande pawel iwanowitsch sagte chlabujev und das ist noch nicht alles ich werde es ihnen nicht verheimlichen von den hundert seelen die auf der revisionsliste stehen sind nur fünfzig am leben so furchtbar hat bei uns die cholera gewütet die übrigen sind ohne pass entlaufen so dass man sie auch zu den toten zählen kann wenn man sie mit hilfe der gerichte suchen wollte so würden die kosten das ganze gut verschlingen darum verlange ich auch nur fünfunddreißigtausend tschitschikow versuchte natürlich zu handeln erlauben sie doch wie können sie fünfunddreißigtausend verlangen für so etwas fünfunddreißigtausend rubel ich biete ihnen fünfundzwanzig platonow musste sich genieren kaufen sie es doch pawel iwanowitsch sagte er für das gut kann man immer noch diesen preis bezahlen wenn sie die fünfunddreißigtausend nicht geben wollen so werde ich es gemeinsam mit meinem bruder kaufen sehr schön einverstanden sagte tschitschikow erschrocken sehr schön doch nur unter der bedingung dass ich die hälfte des kaufpreises erst nach einem jahre erlege nein pawel iwanowitsch das geht wirklich nicht die hälfte zahlen sie mir gleich und den rest nach den gleichen betrag könnte ich ja auch von der leihkasse bekommen wenn ich nur so viel hätte um ja wie soll ich das nur machen sagte tschitschikow ich habe im ganzen nur zehntausend rubel es war eine lüge er hatte mit dem geld das ihm kastanscher glagelin zwanzigtausend er konnte es aber nicht übers herz bringen eine solche summe auf einmal zu bezahlen nein ich bitte sie pawel iwanowitsch ich sage ihnen ja dass ich fünfzehntausend jetzt gleich brauche ich will ihnen fünftausend rubel leihen fiel ihm platonow ins wort das wäre auch die einzige möglichkeit sagte tschitschikow und dachte sich dabei das kommt doch sehr gelegen dass er das geld leihen will man brachte aus dem wagen die schatulle und tschitschikow holte aus ihr die zehntausend rubel für chlapuiev heraus den rest von fünftausend rubel versprach er ihm morgen zu bringen das heißt er versprach es nur hatte aber die absicht nur dreitausend zu bringen den rest aber später nach zwei oder drei tagen wenn möglich wollte er die zahlung noch länger hinausschieben pawel iwanowitsch gab so ungern geld aus der hand und selbst wenn er sich um eine bezahlung unmöglich drücken konnte so schien es ihm immer noch besser das geld morgen und nicht heute zu erlegen mit anderen worten er machte es genauso wie wir alle wir lassen doch so gern einen bittsteller warten soll er sich nur seinen rücken an der wand im vorzimmer abreiben als ob er nicht etwas warten könnte was kümmert es uns dass ihm vielleicht jede stunde teuer ist und dass seine geschäfte deswegen leiden komm morgen mein lieber heute habe ich keine zeit und wo gedenken sie nach dem verkauf zu wohnen fragte platon auf chlapuiev haben sie noch ein anderes gut ich muss eben in die stadt ziehen dort habe ich ein häuschen das müsste ich auch ohnehin tun nicht für mich sondern für meine kinder sie brauchen lehrer für religion musik und tanzen das kann man sich auf dem lande für kein geld leisten er hat kein stück brot und will seinen kindern tanzunterricht geben dachte sich tschitschikow seltsam dachte sich platon auf man muss das geschäft doch begießen sagte chlapuiev hey kirjushka bring mal eine flasche champagner her mein bester er hat kein stück brot hat aber champagner dachte sich tschitschikow platonow wußte aber gar nicht was er sich denken sollte den champagner hatte chlapuiev nur aus not angeschafft er hatte in die stadt geschickt was ist zu machen der krämer will keinen quas auf pump geben aber der französische weinhändler der vor kurzem aus petersburg gekommen war gab allen auf es war nichts zu machen er mußte eine flasche champagner nehmen der champagner wurde aufgetragen sie tranken je drei glas und gerieten in eine lustige stimmung chlapuiev taute auf er wurde plötzlich so nett und geistreich und schüttete witze und anekdoten nur so aus dem ärmel seine reden zeugten von einer großen welt und menschenkenntnis so gut und richtig beurteilte er viele dinge so treffend und geschickt zeichnete er mit wenigen worten die gutsbesitzer in der nachbarschaft so klar sah er alle ihre mängel und fehler so genau kannte er die geschichte aller heruntergekommenen gutsbesitzer und wußte warum und auf welche weise ein jeder von ihnen sich ruiniert hatte so originell und komisch wußte er von ihren kleinen gewohnheiten zu erzählen dass beide gäste von seinen worten ganz bezaubert waren sie wären sogar bereit ihn für den klügsten menschen zu erklären ich muß mich nur wundern sagte tschitschikow wie sie bei ihrer klugheit keine mittel finden um aus der klemme zu kommen mittel habe ich wohl sagte chlapuiev und kramte vor ihnen sofort einen ganzen haufen von projekten aus alle waren aber dermaßen unsinnig und seltsam und verrieten so wenig welt und menschenkenntnis dass man nur die achseln zucken und sagen konnte gott wie wenig hat doch die weltkenntnis mit der kunst sie auszunutzen zu tun alle seine projekte beruhten auf der notwendigkeit sofort irgendwo hundert oder zweihunderttausend rubel zu beschaffen dann glaubte er würde sich alles ordnen die wirtschaft würde in gang kommen alle löcher würden verstopft werden die einkünfte sich vervierfachen und er würde alle seine schulden bezahlen können er schloss seine rede mit folgenden worten was soll ich aber machen ich finde doch nie den wohltäter der sich entschließen würde mir zweihundert oder wenigstens hunderttausend rubel zu leihen gott will es wohl nicht haben ja natürlich dachte sich tschitschikow einem solchen dummkopf soll gott zweihunderttausend rubel zuschicken ich habe allerdings eine tante mit drei millionen sagte chlapuiev eine fromme alte sie gibt viel für kirchen und klöster wenn es aber gilt einem zu helfen so ist ihr schwer beizukommen es ist ein tantchen aus der guten alten zeit es lohnt sich schon sie anzusehen sie hat allein an die vierhundert kanarien vögel dazu möpse gesellschafterinnen und dienstboten wie man sie heute nicht mehr findet der jüngste ihrer diener ist an die sechzig jahre alt sie ruft ihn aber nicht anders als he bursche wenn ein gast sich nicht so benimmt wie es ihr passt so lässt sie beim mittagessen die schüssel an ihm vorbeitragen und die diener tun das auch ja so ist sie platonow lächelte und wie ist ihr familienname und wo wohnt sie fragte tschitschikow sie wohnt in unserer stadt und heißt alexandra iwanowna warum wenden sie sich nicht an sie fragte platonow teilnehmend mir scheint wenn sie sich in die lage ihrer familie versetzte könnte sie es ihnen nicht abschlagen oh nein das kann sie tantchen hat eine kräftige natur sie ist eine steinharte alte platon michailowitsch außerdem sind auch ohne mich genug liebhaber da die sie umschmeicheln da ist sogar einer der gouverneur werden will auch der gibt sich für ihren verwandten aus tu mir den gefallen wandte er sich plötzlich an platonow in der nächsten woche gebe ich ein diner für die vertreter aller städtischen stände platonow riss die augen auf er wusste noch nicht dass es in russland in den städten und residenzen solche weisen gibt deren leben ein unauflösliches rätsel ist so ein mensch hat sein ganzes vermögen durchgebracht steckt tief in schulden hat nicht einen pfennig einkommen gibt aber ein diner und alle teilnehmer sagen dass es sein letztes diner sei und dass man den hausherrn schon am nächsten tag ins gefängnis abführen werde es vergehen aber zehn jahre der weise lebt noch immer in freiheit steckt noch tiefer in schulden gibt immer wieder ein diner und die teilnehmer sind überzeugt dass es das letzte sei und dass man den gastgeber morgen ins gefängnis abführen werde das haus chlaboujevs in der stadt stellte eine sehr merkwürdige erscheinung dar heute zelebrierte darin ein pope im ornat einen gottesdienst und morgen hielten französische schauspieler eine probe ab manchmal war darin kein krümchen brot zu finden aber am nächsten tag gab es einen empfang für alle schauspieler und künstler die aufs gastfreundlichste bewirtet und beschenkt wurden es gab auch schwere zeiten wo sich ein anderer an seiner stelle erhängt oder erschossen hätte ihn rettete aber seine religiosität die sich in ihm merkwürdigerweise mit der liederlichkeit seiner lebensweise vertrug in solchen schweren stunden las er die lebensgeschichten von märtyrern und heiligen die ihren geist erzogen sich über jedes ungemacht zu erheben dann wurde seine seele ganz weich ihn überkam eine tiefe rührung und seine augen füllten sich mit tränen er betete und seltsam fast immer kam dann eine unerwartete hilfe entweder erinnerte sich seiner jemand von seinen alten freunden und schickte ihm geld oder eine zugereiste fremde dame die zufällig seine geschichte hörte schickte ihm in einer plötzlichen regung ihres herzens ein reiches geschenk oder er gewann einen prozess von dem er selbst noch nie etwas gehört hatte andächtig erkannte er dann die grenzenlose barmherzigkeit der vorsehung ließ einen dankesgottesdienst abhalten und kehrte zu seinem liederlichen lebenswandel zurück er tut mir leid er tut mir wirklich leid sagte platonow zu tschitschikow als sie von hlabujev abschied genommen hatten und sein gut verließen ein verlorener sohn sagte tschitschikow mit solchen menschen soll man nicht mitleid haben ende von abschnitt 31 gelesen von eva k abschnitt 32 von die toten seelen von nikolai wasilevic gogol diese librivox aufnahme ist in der public domain zweiter teil viertes kapitel 2 bald dachten sie nicht mehr an ihn platonow weil er die lage der menschen mit ebenso trägen und verschlafenen augen betrachtete wie alles in der welt sein herz krampfte sich wohl zusammen wenn er fremde leiden sah doch der eindruck drang niemals tief in seine seele schon nach einigen minuten dachte er nicht mehr an hlabujev er dachte nicht an ihn weil er auch an sich selbst nicht dachte tschitschikow dachte aber nicht an hlabujev weil seine gedanken ganz ernsthaft mit dem eben abgeschlossenen kauf beschäftigt waren jedenfalls wurde er jetzt wo er plötzlich kein fantastischer sondern ein wahrer und echter besitzer eines durchaus nicht fantastischen gutes geworden war nachdenklich seine gedanken und absichten waren solider geworden und verliehen auch seinem gesicht unwillkürlich einen bedeutenden ausdruck geduld arbeit die sind nicht so schwer ich habe sie ja schon als wickelkind kennengelernt mir bedeuten sie nichts neues werde ich aber jetzt in diesem alter so viel geduld aufbringen können wie in der jugend von welcher seite er den abgeschlossenen kauf auch betrachtete er sah dass das geschäft in jedem falle sehr vorteilhaft war er konnte zuvor die besseren parzellen verkaufen und dann auf den rest eine hypothek aufnehmen er konnte es auch so machen das gut selbst verwalten und ein landwirt von der art kastanscher gloss werden wobei ihm die ratschläge dieses nachbarn und wohltäters zugute kämen er konnte das gut auch weiterverkaufen natürlich nur wenn er keine lust hätte es selbst zu bewirtschaften und sich die flüchtigen und toten behalten in diesem falle bot sich ihm auch noch ein anderer vorteil er könnte diese gegend verlassen und kastanschogler das entliehene geld nicht zurückzahlen ein seltsamer gedanke man kann nicht sagen dass tschitschikow ihn selbst gefaßt hätte nein er stand wie von selbst vor ihm da ihn neckend ihm zulächelnd und zublinzelnd dieser verführerische liederliche gedanke wer ist der schöpfer solcher plötzlich über uns kommenden gedanken er empfand eine freude die freude dass er nun ein gutsbesitzer sei kein fantastischer sondern ein wirklicher gutsbesitzer der ländereien und leibeigene besaß und zwar keine imaginären bloß in der fantasie existierenden sondern wirkliche leibeigene und er fing allmählich an auf seinem platze zu hüpfen sich die hände zu reiben sich selbst zuzublinzeln er führte die zusammengeballte hand wie eine trompete an die lippen und blies einen marsch er richtete sogar laut an sich selbst einige ermunternde worte und nannte sich schnäuzchen und kapaunchen aber er besann sich daß er nicht allein war wurde plötzlich still und bemühte sich den maßlosen ausdruck der begeisterung zu unterdrücken als platon auf der einige von diesen tönen für an ihn gerichtete worte hielt ihn fragte wie antwortete er nichts jetzt erst sah er sich um und stellte fest dass sie schon längst durch ein hübsches gehölz fuhren eine schöne mauer von birken zog sich rechts und links hin die weißen stämme der birken und espen leuchteten wie ein schneeweißer staketenzaun und hoben sich schlank und leicht vom zarten grün der erst vor kurzem aufgegangenen blätter ab die nachtigallen schmetterten um die wette aus dem dickicht im grase leuchteten gelbe waldtulpen er konnte gar nicht begreifen wie er so plötzlich an diesen herrlichen ort gelangt war wo er doch soeben erst offene felder um sich gesehen hatte zwischen den bäumen leuchtete eine weiße steinerne kirche auf und am anderen ende zeigte sich ein gitter am ende der straße wurde ein herr in einer mütze mit einem knotenstock in der hand sichtbar er ging ihnen entgegen und ein englischer hund auf langen dünnen beinen lief vor ihm her das ist ja mein bruder sagte platonow kutscher halt er stieg aus dem wagen tschitschikow tat dasselbe die hunde hatten schon einander begrüßt der dünnbeinige schnelle azor leckte dem jarb mit seiner schnellen zunge die schnauze dann leckte er platonow die hand und sprang an tschitschikow in die höhe und leckte ihm das ohr die brüder umarmten sich ich bitte dich platon was stellst du an fragte der bruder den man wassili nannte was habe ich denn angestellt entgegnete platon gleichgültig was ist denn das seit drei tagen höre ich nichts von dir der stallknecht hat einen hengst von petuch heimgebracht und gesagt er ist mit irgendeinem herrn weggefahren hättest du mir doch nur ein wort gesagt wohin wozu und auf wie lange ich bitte dich bruder benimmt man sich so ich habe mir in diesen drei tagen gott weiß was für gedanken gemacht was soll ich machen ich habe es vergessen sagte platonow wir waren bei konstantin fjodorowitsch eingekehrt er läßt dich grüßen die schwester ebenfalls pawel iwanowitsch ich will ihnen meinen bruder wassili vorstellen bruder wassili das ist pawel iwanowitsch tschitschikow die beiden leisteten der aufforderung sich kennenzulernen folge sie drückten einander die hand nahmen die mützen ab und küssten sich wer mag wohl dieser tschitschikow sein dachte sich bruder wassili bruder platon ist in seinen bekanntschaften so gar nicht wählerisch er musterte tschitschikow soweit es der anstand erlaubte und sah dass es ein seinem äußeren nach höchst ehrbarer mensch war auch tschitschikow musterte seinerseits soweit es der anstand erlaubte den bruder wassili und stellte fest dass er etwas kleiner dunkelhaariger und viel weniger hübsch war als platon das aber seine gesichtszüge vielmehr leben begeisterung und herzensgüte zeigten es war ihm anzusehen dass er nicht so verschlafen war wie sein bruder dieser umstand interessierte aber unseren pawel iwanowitsch recht wenig wassili ich habe mich entschlossen mit pawel iwanowitsch eine kleine reise durch das heilige russland zu machen vielleicht wird das meine ewige langeweile zerstreuen wie hast du dich so plötzlich entschließen können sagte bruder wassili ganz bestürzt beinahe hätte er noch gesagt und dazu noch mit einem menschen den du zum ersten mal in deinem leben siehst der vielleicht ein schuft oder weiß der teufel was ist er schielte misstrauisch nach tschitschikow und sah wieder ein erstaunlich ehrbares gesicht sie traten rechts in ein tor der hof war alt auch das haus war alt wie man sie heute nicht mehr baut es hatte ein hohes giebel dach mit seitlichen vorsprüngen in der mitte des hofes erhoben sich zwei mächtige linden die ihn fast ganz mit ihrem schatten bedeckten unter ihnen standen zahlreiche holzbänke blühende flieder und faulbeerbüsche umgaben den hof wie ein perlenhalsband zugleich mit dem zaune der unter ihren blüten und blättern ganz verschwand auch das herrenhaus war ganz von den bäumen verdeckt nur die türen und fenster blickten freundlich zwischen den ästen hervor durch die pfeilgeraden baumstämme sah man die weißen küchen keller und vorratskammern schimmern alles befand sich mitten im gehölz die nachtigallen schlugen laut und erfüllten das ganze gehölz mit ihrem gesang unwillkürlich wurde das herz von einem angenehmen und sorglosen gefühl umfangen alles erinnerte an jene sorglose zeiten als das leben noch so gutmütig und einfach war bruder wasili forderte tschitschikow auf platz zu nehmen sie setzten sich auf die bänke unter den linden ein etwa siebzehnjähriger bursche in einem hübschen rosa kattunhemd stellte vor ihnen karaffen mit fruchtwässern aller farben und aller sorten auf die einen waren dick wie öl die anderen schäumten wie brause limonade nachdem er die karaffen aufgestellt hatte griff er nach einem spaten der an einem baum lehnte und ging in den garten die brüder platonow hatten genauso wie ihr schwager kastanschogler keine eigentlichen dienstboten alle waren gärtner und das ganze gesinde musste dieses amt der reihe nach versehen bruder wasili behauptete immer die dienstboten stellten keinen eigenen stand dar ein tablett hereinbringen könne ein jeder und es lohne sich nicht dazu besondere leute zu halten der russe sei nur so lange ordentlich geschickt und kein faulenzer als er ein hemd und einen bauernmantel trage sobald er aber einen deutschen rock anziehe werde er sofort plump ungeschickt und ein faulenzer er wechsle sein hemd nicht mehr gehe nicht mehr ins bad schlafe in seinem rock und züchte unter seinem deutschen rock eine menge von wanzen und flöhen vielleicht hatte er auch recht auf dem gute das ihm und seinem bruder gehörte kleideten sich die bauern besonders schön der kopfputz der weiber war reich mit gold besetzt und die ärmel ihrer hemden glichen auf ein haar den rändern von türkischen schals diese fruchtwässer sind schon seit langer zeit ein ruhm unseres hauses sagte bruder wasili tschitschikow schenkte sich ein glas aus der ersten karaffe ein es schmeckte genau wie jener lindenmeet den er einst in polen getrunken hatte es schäumte wie champagner und das gas schoß angenehm aus dem munde in die nase wie nektar sagte er dann kostete er ein glas aus einer anderen karaffe das schmeckte noch besser das getränk der getränke sagte tschitschikow ich kann wohl sagen bei ihrem verehrten schwager konstantin fjodorowitsch habe ich den besten likör getrunken bei ihnen aber das beste fruchtwasser sein likör stammt ja auch aus unserer familie unsere schwester hat ihn eingeführt und nach welcher richtung und in was für gegenden gedenken sie zu fahren fragte bruder wasili ich fahre sagte tschitschikow sich auf der bank leicht hin und herwiegend und sich mit der hand über das knie streichend weniger in eigenen geschäften als in einer fremden angelegenheit der general betrischtschew mein naher freund und ich darf wohl sagen wohltäter bat mich seine verwandten zu besuchen verwandte hin verwandte her doch ich fahre auch sozusagen in meinem eigenen interesse ganz abgesehen vom nutzen im hinblick auf die hämorrhoiden ist die bekanntschaft mit der welt und dem strudel der menschen sozusagen ein lebendiges buch eine eigene wissenschaft bruder wasili wurde nachdenklich er dachte sich der mensch redet etwas geschraubt aber in seinen worten steckt auch wahrheit er schwieg eine weile und wandte sich dann an platon ich fange zu glauben an platon diese reise könnte dich wirklich aufrütteln du leidest nur an einer seelischen schlafsucht du bist einfach eingeschlafen und zwar nicht aus übersättigung oder ermüdung sondern aus mangel an lebendigen eindrücken und empfindungen mir geht es gerade umgekehrt wie gern möchte ich weniger stark empfinden und mir die dinge nicht so sehr zu herzen nehmen wer zwingt dich auch alles so zu herzen zu nehmen entgegnete platon du suchst selbst aufregungen und erfindest dir selbst sorgen was braucht man sie noch zu erfinden wenn man auch ohnehin auf schritt und tritt nichts als unannehmlichkeiten hat sagte wasili hast du gehört was für einen streich uns lienzeln in deiner abwesenheit gespielt hat er hat sich das unbebaute stück land auf dem unsere bauern den sonntag nach ostern feiern einfach angeeignet erstens würde ich dieses stück für kein geld hergeben meine bauern feiern hier jedes frühjahr ihr fest und mit dieser stelle sind die schönsten erinnerungen des dorfes verbunden mir ist aber jeder alte brauch etwas heiliges und ich würde für ihn alles opfern er wusste es wohl nicht dass es uns gehört sagte platon der mann ist ganz neu hier kommt eben aus petersburg man müsste es ihm erklären er weiß es sehr genau ich habe es ihm sagen lassen er aber hat mit einer grobheit geantwortet du müsstest eben selbst hinfahren und es ihm klar machen sprich doch mit ihm selbst nein fällt mir nicht ein er tut viel zu stolz ich fahre zu ihm nicht hin fahr du zu ihm hin wenn du lust hast ich würde schon hinfahren aber ich mische mich nicht in geschäfte er kann mich ja auch anführen und betrügen wenn sie wünschen so fahre ich zu ihm hin sagte tschitschikow erklären sie mir nur den sachverhalt wassili blickte ihn an und dachte sich wie gerne er doch herumfährt erklären sie mir nur was er für ein mensch ist sagte tschitschikow und worum es sich handelt ich müsste mich genieren sie mit einem so unangenehmen auftrag zu belästigen meiner ansicht nach ist er ein schuft er stammt aus dem einfachen landarmen adel unseres gouvernements hat in petersburg karriere gemacht indem er dort die natürliche tochter von irgendjemand geheiratet hat und tut jetzt so stolz er will den ton angeben unsere leute sind aber nicht so dumm die mode ist für uns kein gesetz und petersburg ist keine kirche gewiß sagte tschitschikow worum handelt es sich aber sehen sie er braucht wirklich das land hätte er sich anders benommen so hätte ich ihm gerne ein stück land an einer anderen stelle geschenkt jetzt könnte aber dieser handelssüchtige mensch noch glauben ich meine dass es immer besser ist sich mit ihm zu verständigen vielleicht ist die sache man hat mich schon mit manchen aufträgen betraut und es nachher niemals bereut auch der general peterschef aber es ist mir peinlich dass sie mit einem solchen menschen werden sprechen müssen und sich besondere mühe geben dass die sache geheim bleibt sagte tschitschikow denn das verbrechen selbst ist weniger schädlich als das ärgernis das dadurch gegeben wird das stimmt das stimmt sagte linice in den kopf ganz auf die seite geneigt wie angenehm einem gleichgesinnten zu begegnen sagte tschitschikow ich habe eine sache die zugleich gesetzlich und ungesetzlich ist von außen besehen ist sie ungesetzlich und ihrem wesen nach gesetzlich ich brauche eine hypothek will aber niemand das risiko aufbürden zwei rubel steuer für die lebendige seele zu zahlen ich kann ja gott behüte bankrott machen und das wird dem besitzer unangenehm sein darum habe ich mich entschlossen mir die toten und flüchtigen die in den revisionslisten noch nicht gestrichen sind zunutze zu machen um zugleich auch ein werk der christlichen nächsten liebe zu tun und die armen besitzer von der notwendigkeit für sie die steuern zu entrichten zu befreien wir wollen nur unter uns in aller form einen kaufvertrag abschließen als ob die seelen noch lebten es ist doch eine höchst eigentümliche sache dachte sich lenizin und rückte mit seinem stuhl etwas zurück das geschäft ist aber derartig begann er es wird kein ärgernis geben weil alles geheim abgemacht wird sagte tschitschikow und dabei unter anständigen leuten die sache ist aber doch immerhin irgendwie nicht das geringste ärgernis entgegnete tschitschikow sehr offen das geschäft wird wie wir eben besprochen haben zwischen anständigen leuten reiferen alters und in achtbarer position abgeschlossen dazu auch noch geheim als er das sagte blickte er ihm offen und treuherzig in die augen wie gerieben lenizin auch war wie gut er bescheid in allen geschäftsformalitäten wusste hier stand er auf einmal ganz ratlos da umso mehr als er sich auf eine eigentümliche weise in sein eigenes netz verstrickt hatte er war gar keiner unehrlichen handlung fähig und wollte selbst in der tiefe seiner seele nichts ungesetzmäßiges begehen ist das ein schwieriger fall dachte er sich da soll man sich noch mit anständigen menschen befreunden eine schwierige sache das schicksal und die umstände waren aber tschitschikow günstig wie um ihm in dieser schwierigen sache zu helfen trat die junge gattin lenizins ins zimmer eine blasse schmächtige kleingewachsene nach petersburger mode gekleidete dame eine große freundin von menschen ihr folgte die amme mit dem erstgeborenen söhnchen der frucht der zärtlichen liebe der jungen ehegatten im arm tschitschikow ging ihr hüpfend und den kopf auf die seite geneigt entgegen wodurch er die petersburger dame und dann auch den säugling völlig bezauberte das kind fing erst zu heulen an aber tschitschikow brachte es fertig es durch die worte ei ei herzchen durch geschicktes fingerschnalzen und durch die schönheit eines karneolsiegels das er an der uhrkette trug in seine arme zu locken dann hob er es bis zur decke und entlockte dem kinde ein freundliches lächeln das die eltern entzückte doch infolge dieser plötzlichen freude oder aus einem anderen grunde verübte das kind plötzlich eine gewisse ungezogenheit ach mein gott rief frau linizina er hat ihnen den ganzen frack verdorben tschitschikow sah hin ein ärmel des nagelneuen fracks war gänzlich verdorben das dich der teufel dachte er in seiner wut der hausherr die hausfrau und die amme liefen hinaus um kölnisches wasser zu holen dann drängten sie sich um ihn von allen seiten um ihn abzuwischen es macht nichts es macht gar nichts sagte tschitschikow indem er sich bemühte einen möglichst sorglosen gesichtsausdruck zu zeigen kann denn ein kind in diesem goldenen alter überhaupt etwas verderben sagte er immer wieder und dachte sich währenddessen diese bestie daß dich doch die wölfe auffressen das hast du geschickt gemacht du verdammte kanaille dieser anscheinend ganz geringfügige vorfall stimmte den hausherrn ganz zugunsten des von tschitschikow vorgeschlagenen geschäfts wie kann man nur etwas einem solchen gaste abschlagen der dem kleinen so viel unschuldige liebe erwiesen die er großmütig mit seinem eigenen frack bezahlen mußte um kein ärgernis zu erregen beschlossen sie die sache geheim zu machen da doch nicht die sache selbst sondern nur das ärgernis schädlich sei zum dank für den mir erwiesenen dienst gestatten sie mir auch ihnen einen dienst zu erweisen ich möchte gerne in ihrem streite mit den brüdern platon auf den vermittler machen sie brauchen land nicht wahr ende von abschnitt 32 gelesen von eva k